Herzlich Willkommen bei S21-BAU-TV. Wir blicken von der Jägerstraße in Baufeld 3. Vielleicht auch noch 2. Jedenfalls sieht diese Armierung für die Wand echt massiv aus. Das hält auf jeden Fall. Und hier sehen wir Leistende mit eingekossen werden. Das blaue Kunststoffteil wird noch entfernt, nachdem alles fertig ist. Und dann hat man eine Schiene, um etwas zu befestigen, zum Beispiel die Oberleitungshalterungen. Also hier ist die Erregelung. Wir werden in der Maschine gesammelt. Und dann in der Maschine bestめ die Oberleitungsschalterungen und die Oberleitungsschalterungen worden. Und dann immer etwas zu befestigen. Ich bin der Oberleitung auf die Oberleitung. Also hier muss das Oberleitungsschalterungen ausgehen. man darf natürlich nicht direkt ins licht schauen aber eine kamera verkraftet es schon deswegen ist das kein problem so schiene ist fest und was man von hier schön sieht auch schön sieht wenn man unter der alten bahndirektion durchschaut sieht man auf der anderen seite den schnee kann also schön abschätzen welche dimensionen das ganze hier hat hier können wir die anschlussarmierungen für die nächsten stützwände sehen und auch noch die verstärkung wegen der tragkraft über dem stadtbahntunnel so 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 und hier können wir durchschauen bis zum baufeld 9 der schnee ist also im baufeld 9 und dazwischen ist das baufeld 8 das heißt unter tunnelung Heilbronner Straße 4,5,5,6 und 7 gehört der ssb das sind die stadtbahntunnel und hier sind wir wieder in 3 zwei dank fürs zuschauen und bis gleich Bis zum nächsten Mal.